Servus, ich bin der Thomas, ich bin von Fliegl Agro Center und wir haben heute beim Kunden Nähe Ulm und ich zeige euch, wie man heute das erste Mal einen Gülle-Separator einsetzt. Dass wir im Anschluss jetzt dann gleich separieren können, wir haben auch die Gülle davor gut aufgerufen. Das ist einfach erforderlich, weil sich dadurch die Schwimmdecke und die festen Anteile in der Gülle vermischen und das Ganze dann einfach eine homogene Gülle wird. Wir haben jetzt einen Separator runtergekommen, haben ihn eingestellt mit den teleskopierbaren Füßen gleich auf die Hälfte, wenn wir ihn später haben, und haben ihn gleich so positioniert, dass wir dann mit dem Schwenkarm die Tauchpumpen gleich in die Gruppe einsetzen können. Wir haben jetzt die Tauchpumpen über den Grubenloch positioniert und mittels dieser Kurbel lassen wir jetzt die Pumpen circa bis zur Hälfte in die Gülle hinein. Einmal noch zu der Tauchpumpe, da wird ein Messer mitgeliefert, man hat die Möglichkeit das zu montieren. Das braucht man, wenn man zum Beispiel lange Futterreste oder lange Strohanteile drin hat, die irgendwo die Steigleitung verstopfen könnten. Die werden dadurch einfach zerkleinert und man hat daran keine Probleme damit. Anschließend stellen wir die Stromversorgung für den Pumper her und positionieren wir den Überlaufschlauch vom Separator auch in der Grube. Anschließend müssen wir den Rücklaufschlauch für die dünne Phase, die mittels dem Drehgelenk 360 Grad drehbar ist, in die zweite Grube ablassen. Danach müssen wir die Stromversorgung für unsere Steuerung herstellen. Da hat man einmal zwei Schalter, einmal Separator ein und aus und einmal Pumpen ein und aus. Die oberen Lampen, die ist für den Motorschutz. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwo in der Pumpen eine Holzstrecke oder was drinstecken soll und die soll der blockieren, dann haut es zur Sicherheit natürlich einen Motorschutzschalter aus und dann läuft da die Lampen. Bevor wir das Ganze dann starten, einfach einmal mal kurz kontrollieren, ob die Drehrichtung vom Separator und der Pumpen passt. Da sind auf beide Bauteile, sind da Pfeile drauf für die Drehrichtung und dann einfach mal kurz einschalten und gleich wieder ausschalten und dann schauen, ob die Drehrichtung die passende ist. Jetzt starten wir. Beim ersten Mal starten, muss man die Heben am Anfang per Hand ein bisschen nach unten drücken, bis der Separator im Vorhambereich einen gewissen Stock aufgebaut hat. Zum letzten kommen wir dann noch zu den Gewichten. Da haben wir eben die Möglichkeit, die auf den Hebel vorne zurück zu verstellen und mit dem Ganzen beeinflusst man die Trockenheit von dem Substrat, von dem festen Anteil. Also wenn ich die weiter vortue, habe ich mehr einen Durchsatz, wäre aber das ganze Substrat nochmal ganz trocken und tue ich es weiter nach hinten, dann erreiche ich eine höhere Trockenheit beim Substrat. Wie man sieht, haben wir jetzt bei dem Kunden die Einstellung gewollt, dass wir das Substrat relativ trocken bringen. Das haben wir da auf jeden Fall erreicht. Das ist ein super Ergebnis, wie man da jetzt zusammenquetscht. Man kann keine Flüssigkeit mehr ausquetschen und das ist perfekt separiert. Danke fürs Zuschauen. Das war es jetzt auch mit dem Erklärvideo. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Einsatz vom Kühleseparator, riefst uns einfach an im AgroCenter oder schreibt es einfach in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen.